Einen wunderschönen guten Tag! Vielleicht kennst du mich, vielleicht auch nicht, aber das spielt auch erstmal keine Rolle. Falls du Bock hast, dein Jahr 2022 mit einer guten Tat zu starten, dann komm doch gerne jetzt im Livestream vorbei. Denn ich bin 24 Stunden auf YouTube Live und sammle Geld für einen guten Zweck. Der Link wird in der Videobeschreibung sein. Guck doch gerne vorbei und ja, lasst uns 2022 mit einem geilen Scheiß starten. Ich freue mich auf euch! Bis zum nächsten Mal!